Der Förderverein Bahnbetriebswerk Arnstadt hat in den letzten Jahren ein Museum für alte Eisenbahntechnik aufgebaut. Zwei Vorstandsmitglieder berichten. Unser Verein hat sich hier in dem Bahnbetriebswerk Arnstadt als Ziel gesetzt, die hier stationierten historischen Lokomotiven, das sind acht Dampflokomotiven und acht Diesellokomotiven, sowie eine Elektrolokomotive, der Nachwelt zu erhalten, welche hier in den 50er bis 70er Jahren in Thüringen das Bild im Eisenbahnverkehr geprägt haben. Und einige Maschinen sind hier auch fahrtüchtig, die wir hier zur Ausstellung präsentieren können. Und ein weiteres Hauptziel ist hier unser Bahnbetriebswerk als Eisenbahnmuseum zu etablieren in der Region, um im Prinzip den Besuchern jedes Wochenende im Sommer hier zu ermöglichen, sich hier die Fahrzeuge anzugucken, uns bei der Restauration der Fahrzeuge über die Schultern zu schauen und eben auch die Fahrzeuge dann mal zu Eisenbahnfesten in Betrieb zu erleben. Mitglieder haben wir zurzeit insgesamt ca. 52, davon kann man sagen sind so 15 bis 20 aktiv und wir haben eigentlich von 18 bis 80 vom Altersdurchschnitt alles vertreten. Wir haben jetzt vom 1. April bis 31. Oktober jedes Wochenende und an den Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Diese Dampflok ist eine von sechs in Besitz des Vereins. Sie stammt aus dem Jahre 1940 und wurde von den Skoda-Werken in Pilsen hergestellt. Mit ihren 1.700 PS hat sie früher eine Million Kilometer zurückgelegt. Technik einer längst vergangenen Epoche, die immer noch fasziniert. Technik einer längst vergangenen Epoche, die immer noch fasziniert. Musik Manfred Vollmer, ein ehemaliger Bahner, zeigt der Mutti die schwarzen Hände, die sich die Kleine hier geholt hat. Also unseren Verein selber gibt es seit 1999 bzw. dem Jahr 2000. Von 1992 hatte damals die Deutsche Reichsbahn hier die historischen Lokomotiven zusammengetragen. Und bis in das Jahr 2000 wurde das durch die Deutsche Bahn AG hier betrieben. Und mit dem Jahr 2000 hat unser Verein das Gelände und die Fahrzeuge hier als Ensemble übernommen, welches auch ein technisches Denkmal des Landes Thüringen hier ist. Selina Kessler räumte ein, dass man das hier nur mit Herzblut machen kann. Richtig, also hier sind eigentlich alle begeisterte Eisenbahnfans, viele sind auch Betriebseisenbahner, bei denen liegt das also im Blut und hier sind also alle mit Herzblut auch dabei. Und die Loks hält man nur mit Mitgliedsbeiträgen instand. Michael Klatt erklärt die großen Events, die übers Jahr veranstaltet werden. Ja, zu den Eisenbahnfesten wie unser Osterfest, Kinderfest oder unser großes Eisenbahnfest im September, da haben die Leute auch die Möglichkeiten, auf einer Dampflokomotive und oder auf einer Diesellokomotive auf den Führerständen mitzufahren. Ansonsten haben die Besucher hier im normalen Museumsbetrieb die Möglichkeiten, die Führerstände der Lokomotiven zu besichtigen, zu erkunden und auch unseren Vereinsmitgliedern Fragen zu stellen über die Fahrzeuge. Die Mitglieder des Eisenbahnmuseums sind froh gelaunt und reden mit dem Kameramann.